Ich grüße dich. Schön, dass du eingeschalten hast. Wir müssen miteinander Frieden schließen. Freundlichkeit darf auch nicht fehlen, aber ich muss ganz ehrlich dazu sagen, mir geht das ab, weil ich hätte immer gedacht, Freundlichkeit ist eigentlich ein Zubrot für andere, aber anscheinend habe ich hier definitiv irgendetwas falsch gemacht damals, dass die meisten Menschen glauben, Unfreundlichkeit ist etwas Interessantes, etwas Schönes, aber das stimmt so nicht und ich darf mich trotzdem bei den freundlichen Menschen auch so bedanken, dass sie freundlich genug sind, um auch zu wissen, dass hier Unfreundlichkeit eigentlich nicht so erwünscht ist oder erwünscht wird und ja, in diesem Sinne möchte ich auch noch sagen, ich habe es gut, ihr habt es gut und ich verabschiede mich auch und sage danke, bis bald, tschüss.